HD Kurs Du kannst nicht in die Gruppe rein. Das geht nicht mehr. Keine Ahnung. haben wir sie angehen? Ja, ja. Gehen wir das! Ja, ja, join Bison! Ja, jetzt kannst du ja wie joinst. Bis darf ich ihn verbringen. Wir müssen erstmal in Game Chat gehen und dann geht's los, Mann, Mann, jetzt, sehr geil. Machen wir es so wie gerade, oder Chris? Ja, ich spür wieder mit. Haben sie nichts mehr. Ich hab einen betäucht. Hab den anderen auch betäucht. Ich bin raus. Wir haben es schild. Ich hab Knife abgeblockt. Jungen, die rennen einfach weg. Und ich bin drin. 1-0. Hammergeil, Mann. Fuck, Alex. Alter, Chris, Mann. Gleich direkt. Hier ist noch jemand. Weiß nicht wo. Sehr geil. 2-0. Hammer. Hammer. Ohohohoho. Oh boy, Kurt, Mann. Ewig. Dennis weiß, was sie machen. Ich hab beide betäubt. Die rennen lieber Alex hinterher als mich zu killen, Junge. Übel. Und obwohl sie mich gar nicht mehr kriegen können. Ja. Ich bin so, oh my gosh. Der rennt vorne an mich an, verschwindet, kommt hinter mich und killt mich. Voll der Psycho. Ey, ey, ich mach ein 3er-Defense damit wir keinen Artfuck mehr holen. Ich weiß. Als ob wir das nicht kriegen, Mann. Als ob wir das nicht. Das ist ganz ehrlich. Wir sind doch einfach nur Götter. Wir haben 8 Minuten. Und wenn wir noch eins kriegen, dann machen sie bestimmt 4er-Angriff, Alter. Jungen, spiel auf Erholungszeit jetzt. Ich hab keinen Bock bei einer Reifen. Greifen die nur noch alleine an? Ich. Greifen die alleine nur noch an? Nur noch Guardian greift, also zumindest jetzt Grad, ja. Ja. Jungen, dann, ich spiel gleich mit Verkleidern oder so. Abknife drin. Abknife drin. Ah, ich bin aus. Ja, aber ich mein, ein Knife weniger. Mal gucken, ob die den Trick hier kennen mit dem, dass man das Artefack direkt kriegt. Alter, nee, Mann. Dennis! Dennis tut Ruhe und so. Lade den City ist vorbei ein. Lade den, lade den ein. Ich helfe dir. Mach's mit 3er-Defense. Support it. Support it. Nifed ihn, nifed ihn. Nifed ihn. Ich aktiviere enemy's Shield. Ich hab ihn. Lass mit 3er-Defense machen, weil das fehlt dann für uns. Ja, ja. Wer, wer lernt Dennis ein, Mann? Ey, ladet. Ich kann den City ist vorbei auch nicht spielen. Nee, Mann. Ich weiß nicht. Lass einfach eine 3er-Defense. 3er-Defense. Ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen. Ich spiel jetzt mit Hemmen und Shield. Äh, einer im Kreis. Äh, Alex, würdest du in den Kreis gehen? Ja, bleib da, bleib da, bleib da. Ja, ich bleib hier. Ich hab halt keinen Animus-Sheet. Ich spiel ohne Animus-Sheet. Ich geh Kreis. Ein, ein, ein. Ich verstehe in den smoke. Nein, hab ich. Der kommt hier. Ich hab ihn markiert. Ich hab ihn. Ich helfe dir. Ah, Junge. Ich habe ihn. Der kommt. Das ist, das ist das. Ich hab ihn. Den anderen krieg ich aber nicht. Der kommt. Der kommt, der kommt. Da kann der smoke mehr. Der ist keine smoke mehr. Hast du einen Knife? Ah. Ich gehe den Kiel natürlich den falschen Mann, das ist unglaublich. Ich gehe den an, gehe den falschen. Scheiße. Geht in den Kreis, kümmert euch um den Ries. Hat ein Knife drin. Da kommt der nächste. Den hole ich mir, Amado geht zum Kreis zurück. Hab ihn. Alter, ein Fehler und die haben es, Max. Fuck ey. Bei dem wurde das Kabel gezogen. Wie? Von wem? Von Denne. Nein, ich meine jetzt wer das Kabel gezogen hat. Denne muss er. Ich bin gestun wahrscheinlich. Ich bin gestun. Da kommt der erste. Wer ist wichtiger, glaube ich. Ah ne, da. Fuck. Hat enemy's shield an. Oh, mein Gott. Mein Gott, Axel. Hi, wie geht's? Könntest du mal bitte aus der Party rausgehen? Aus der Party rausgehen, Mann. Wir haben ein erstes League, Mann. Entschuldigung. Entschuldigung. Kein Ding, kein Ding. Ich schimp. Ich bin rausgefallen. Alter, Chris. Mein Junge ist gerade einrichtig. Der Rife. Oh, du hast ihn auch Rife. Da ist halt jetzt jemand reingeportet. Alter, wie die sich gerade lag. Oh, Junge, starb. Allas, Allah. Junge, wie hart. Ey, der hat ges... Wofür, fuck. Der ist portet. Genivet, genivet. Stark. Hab den. Ich bin aber gestunnt. Alter, ich werd grad dauerhaft gestunnt, Mann. Richtig eklig. Dauerstunnt. Ey, geh in den Kreis. Stark, Jungs, stark. Junge. Die dürfen nur nicht punkten. Die dürfen nur nicht punkten. Die dürfen nicht mehr gehen. Ja, so sind die Regeln aber allein. Oh, ey, könntest du bitte rausgehen? Betraut sich nicht weiter, hab ich das Gefühl. Wir dürfen nicht mehr gehen. Hä, wir dürfen die 3er Defense machen, oder was? Ja, na klar. Wir könnten die 4er machen, oder was? Ne, 4er ist nicht erlaubt, da kriegt man eine Straße. Oh! Oh! Kann ich ehrlich? Ja. Da haben die Gegner von... Ich weiß nicht, wer das war. Ich hab's irgendwo mal gesehen. Der hat irgendwann eine Straße klassiert, weil die die 4er Defense gemacht haben, und das aufgenommen wurde. Das ist eine gute Frage. Ich meine, ihr habt keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Ich meine, ihr habt keine Ahnung. Ja, ja. Lass einfach mit ihm spielen. Aber das zählt so, oder? Ich dachte, das muss noch neu starten, wenn einer in den ersten paar Minuten rausballert. Nee, aber... Man muss sich neu starten. Wir nehmen Michael Mauro. Ich meine, die haben ja auch 3 oder 4 Minuten dauerhaft angegriffen, ne? Wirklich ohne Pause. Ich meine, eigentlich selber schuldig. Ich werde mal Mauro schon mal in die Partie hin. Junge, Junge, die sind eine 1a Defense zu dritt. Hey, wie geil. Anfangs war richtig schlimm. So, wenn wir es noch ein drittes hatte Fakts holen, hätten wir es geschafft. Ja, ich... Aber, Junge, ich hab... LOL. LOL, der geht einfach um. Ja, aber jetzt ist... Jetzt ist egal, Mann. Ich meine, nach dem ersten... Ja, was ist los, Mann. Party Crash, Mann. Äh, warte. Ja, na klar. Ja, na klar. Join my next to the gross party. Ja, na klar. Sie ist. Wir haben gespielt. Ey, Junge, ich bin nicht mehr in der Partie. Ja, und ich bin bei dir. Ey, Junge, wir könnten versuchen, noch einen Tripart Fakts zu holen. Geil, lass mal. Hol' die noch eins. Oder so. Dann hol' die noch... Verteidigt mal zu zweit. Verteidigt mal... Äh... Jetzt... Ich geh... Was machst du? Wo bist du? Die zwei sind tot. Aber bei denen ist auch einer ausgeleckt, ne? So, so. Der erste stummци. Mochte mal. R athletes anadolenden... ? He ist fertig, geil! Geil einst! Der Project Strutzen hat not immer Cupraимbe hat. 그다음에 hat immer eingangss. Haha where the fuck did he go? kolocheboo What's the level for? I don't know where he went guys the match is now Bis zum nächsten Mal.